Eines der Highlights des neuen BMW X ist natürlich das Curved Display und kommt hier mit dem neuen BMW iDrive 8. Auch hier voll Touchscreen und jenische Individualisierungsmöglichkeiten. Man kann jedes einzelne Menü anpassen, so wie man will. Und was auch ganz neu dabei ist, ist der Punkt Menü. Dort finden wir alle Einstellungen, alle Apps zum Fahrzeug und auch dort wieder, man kann es anpassen, so wie man will. Und wenn wir schon bei Individualisierung sind, das Driver Display lässt sich jetzt komplett neu gestalten. Einmal vom Zentraldisplay und sogar vom Layout. Das Armaturenbrät ist jetzt richtig aufgeräumt. Alle Knöpfe sind jetzt schön im Display versorgt. Darum zum Beispiel auch für die Klimatisierung und dann kommen wir direkt zu den ganzen Einstellungen für die Klimatisierung. Das heisst zum Beispiel für die Lenkradheizung, für die Sitzheizung oder sogar für die Sitzbelüftung. Oder jetzt sogar neu für die ganze Flächenheizung, wo wir indirekte Wärme abstrahlen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.